Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie man den Greenscreen auf CapCut verwenden kann. Dafür gehen wir erstmal in die App rein und drücken nun auf unsere Collage. Nachdem wir das gemacht haben, drücken wir unten auf den Punkt Überlagerung und fügen dort unsere zweite Collage ein. Wie man sehen kann, haben wir jetzt nun zwei Collagen in unserem Video und so verwendet man eben den Greenscreen. Ich hoffe, euch könnt euch weiterhelfen und würde mich über ein Lager-Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.